Musik Jeder Schritt von Gottes Werk, seien es harte Worte, Urteil oder Züchtigung, macht den Menschen vollkommen. Und ist absolut angemessen. Im Laufe der Jahrhunderte hat Gott niemals ein Werk wie dieses verrichtet. Heute arbeitet er in euch, sodass ihr seine Weisheit zu schätzen wisst. Obwohl ihr etwas Schmerz in euch erlitten habt, sind eure Herzen standhaft und in Frieden. Es ist euer Segen, in der Lage zu sein, diese Phase von Gottes Werk zu genießen. Unabhängig davon, was ihr in der Lage seid, in Zukunft zu erlangen. Wenn der Mensch Gottes Urteil und Verfeinerung nicht erfährt, werden seine Handlungen und sein Eifer stets äußerlich sein. Heute ist die Veranlagung des Menschen viel beständiger als zuvor. Obgleich es innerhalb des Menschen noch viel gibt, was arrogant und eingebildet ist. Gottes Umgang mit dir dient dessen, dich zu retten. Und obgleich du zur Zeit vielleicht etwas Schmerz verspürst, wird der Tag kommen, an dem in deiner Veranlagung eine Veränderung eintritt. Dann wirst du zurückblicken und sehen, wie weise das Wirken Gottes ist. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem du den Willen Gottes wirklich verstehen kannst. Amen. Gottes Worte sind großartig. Dank sei Gott. Früher dachte ich, dass ich allein durch den Willen, meine Pflicht zu erfüllen, Gottes Zustimmung erlangte. Ich gab nicht Acht auf das Urteil und die Züchtigung seiner Worte, wollte meine Disposition nicht ändern. Ich erfüllte meine Pflicht auf arrogante und diktatorische Weise. Ich behinderte andere und auch die Kirchenarbeit. Ich erkannte, ohne Gottes Urteil und Züchtigung würde meine Disposition nie gereinigt und sich ändern. Ich stellte Gott nicht zufrieden. So ist es. Ich habe erlebt, dass Gottes Urteil und Züchtigung unsere Rettung sind. Amen. In 2016 wurde ich als Bühnenbildnerin eingeteilt. Ich war begeistert und dachte, Ich habe Innenarchitektur studiert und viel Berufserfahrung. Schöpfe ich meine beruflichen Kenntnisse aus, stelle ich Gott zufrieden. Dank sei Gott. Ich erlernte neue Fähigkeiten und hielt Gemeinschaft über Prinzipien. Bald zeigten sich in meiner Pflicht Ergebnisse. Als ich jemanden sagen hörte, Ihr habt dieses Set toll hinbekommen, es ist realistisch, sagte ich zwar, dass es Gottes Führung war, aber ich dachte, Natürlich. Weißt du nicht, wer es entworfen hat? Das ist mein Beruf. Ich begann, erhobenen Hauptes umherzugehen und redete lauter. Machten andere Fehler in der Pflicht, sah ich auf sie herab. Ich diskutierte nicht mehr über Bühnenbilder. Ich hatte studiert und dachte, es sei unnötig. Zeitverschwendung, da sie sowieso nach meinen Ideen arbeiteten. Ich ersann ein Arrangement und besprach es mit dem Regisseur. Als ich zur Teamleiterin befördert wurde, wurde ich noch herablassender. Als wir eine Restaurantszene aufbauten, sagte Bruder Zhang vom Team, Die Eingangstür ist zu klein und sieht nicht gut aus. Ich ignorierte ihn und dachte, ich habe so viele Sets entworfen. Glaubst du, ich weiß nicht, wie hoch die Tür sein soll? Du hast nicht viele Sets gemacht oder Design studiert, willst aber den Fischen das Schwimmen beibringen. Ich lehnte seinen Vorschlag ungeduldig ab und zwang allen meine Ideen auf. Als der Kameramann das Set sah, sagte er, die Tür sei zu niedrig. Er könne so nicht filmen. Uns blieb nichts übrig, als eine neue Tür zu bauen. Später bauten wir einen Schrank und ich bat Bruder Zhang, einen nach meiner Zeichnung zu bauen. Er sagte, die Mitte ist zu breit, das sieht nicht gut aus. Machen wir sie schmaler? Ich dachte, ich habe viel Material online studiert und das sind die richtigen Maße. Am Ende meinten alle, die Mitte sei viel zu breit. Bruder Zhang musste den Schrank umbauen, was den Filmdreh bremste. Ich reflektierte noch immer nicht und versuchte nicht, zur Selbsterkenntnis zu gelangen. Ich dachte, wer macht keine Fehler? Etwas mehr Material und Zeit ist keine große Sache. Nach einer Versammlung gab mir Bruder Zhang ein Feedback. Du warst bei der Zusammenarbeit mit anderen sehr entschieden. Du hast dir unsere Vorschläge nicht angehört und einige brauchbare einfach abgeschmettert. Du redest herablassend und alles soll noch deiner Pfeife tanzen. All das Anzeichen einer arroganten Disposition. Ja, Herr. Ich akzeptierte das verbal, dachte aber, ich bin arrogant, aber das ist kein Problem. Später befasste sich auch Bruder Liu mit mir. Er sagte, ich würde anderen nicht zuhören. Mein Schutzwall fuhr hoch, noch bevor er fertig war. Ich dachte, ich bin besser als ihr. Warum geht ihr mit mir um? Ich konnte es nicht akzeptieren. Sogar in meinen Gebeten griff ich zu Ausreden. Mein Gemüt wurde immer dunkler und niedergeschlagener, je mehr ich das tat. Ich verzettelte mich bei Bühnenbildern, dachte aber nicht über mich nach. Eines Tages stieß ich mit dem Bein an einen Metallstuhl und zog mir eine Schnittwunde zu. Sie musste genäht werden. Mir war klar, dass das kein Unfall war, sondern Gottes Wille. Ja. Endlich brachte ich mein Herz zur Ruhe und reflektierte. Alle Vorschläge der Brüder und Schwestern wies ich ab. Ich war überhaupt nicht annehmend oder gar unterwürfig, sondern unbeugsam. Ich betete zu Gott um Erkenntnis über meine verdorbene Disposition. In meiner Morgenandacht lasse ich diese Worte Gottes. Wenn du andere für geringer als dich hältst, bist du selbstgerecht. Halte dich nicht für ein Wunderkind, wenig niedriger als der Himmel, aber viel höher als die Erde. Davon schlauer zu sein als andere, bist du weit entfernt. Es ist reizend, wie viel dümmer du als die Menschen auf Erden bist, die Vernunft besitzen. Du hast eine hohe Meinung von dir, aber keinerlei Minderwertigkeitsgefühle, als durchschautest du meine Handlungen bis ins Detail. Tatsächlich fehlt es dir grundsätzlich an Verstand, weil du keine Ahnung hast, was ich vorhabe oder was ich gerade tue. Und so sage ich, du stehst unter dem Bauern, der das menschliche Leben wenig begreift, doch ganz auf die Segnung des Himmels vertraut. Du verschwendest kein Gedanken an dein Leben. Du weißt nichts von Ruhm und besitzt keine Selbsterkenntnis. Du bist so erhöht. Amen. Als ich das las, war ich völlig am Boden zerstört. Jedes Wort hatte mich bloßgestellt. Seit ich Bühnenbildnerin geworden war, hatte ich mich für unverzichtbar gehalten. Ich kannte die Branche und hatte Erfahrung. Ich war zu Brüdern und Schwestern hochmütig und dachte, dass niemand, niemand meiner würdig war. Ich hatte immer das letzte Wort und wollte die Arbeit nicht besprechen. Ich hielt das für Zeitverschwendung, weil sie keine Designkenntnisse hatten. Wenn ich Dinge besprach, dachte ich, ich wüsste mehr und könnte die Dinge im Zusammenhang sehen. Ich sondierte nie, was sie vorschlugen und ließ sie abletzen. Ich hatte keinerlei Respekt vor anderen. Als Brüder und Schwestern sagten, ich sei arrogant, nahm ich es nicht an, sondern widersetzte mich. Ich erkannte, dass ich meine Arroganz offenbarte. Ich lebte nach meiner arroganten Disposition, sah auf andere herab und verletzte die Brüder und Schwestern dabei. Ich war bei meiner Arbeit arrogant und autokratisch, wodurch die Kirchenarbeit ins Stocken gerät. Ich tat wirklich Böses. Als mir das klar wurde, bekam ich etwas Angst. Ich betete zu Gott und bereute vor ihm. Dank sei Gott! Ich stellte mich bei der Pflicht bewusst hinten an und hörte zu, um meine Fehler wieder gut zu machen. Dank sei Gott! Dank sei Gott! Ich zeichnete Designs und andere hatten Ideen, die von meinen Vorstellungen abwichen. Ich wollte sie verwerfen, erkannte aber, dass ich wieder arrogant war. Ich betete im Herzen zu Gott, bat ihn, mich zu führen, um meine verdorbene Disposition zu ändern. Amen! Ich wollte die für die Arbeit besten Vorschläge aufgreifen. Als ich die Ideen anderer akzeptierte, sah ich, dass die Kulissen besser funktionierten, praktischer waren und schneller gebaut werden konnten. Dank sei Gott! Ich genoss die Süße der Ausübung von Gottes Worten. Dank sei Gott! Gott segnet die, die Wahrheit ausüben. Richtig! Doch ich verstand meine arrogante Natur nicht. Mir fehlte Selbsterkenntnis. Später sah ich, dass unsere Sets von allen gemocht wurden und ich hatte Pflichterfolge. Ehe ich mich versah, schlich sich meine arrogante Disposition wieder ein. Einmal bauten wir als Set das Haus eines reichen Menschen. Da dachte ich, so jemand hätte Luxusartikel, um seinen Status zur Schau zu stellen, ich ließ das Set von den Brüdern und Schwestern nach meinen Wünschen bauen. Bruder Zhang merkte an, dass es zu modern sei und nicht zur Generation der Hauptfigur passte. Das freute mich gar nicht. Ich dachte, was weißt du schon, das ist Flexibilität. Wir müssen uns nach seinem Status richten, uns auf keine Zeit beschränken. Du hast keine Ahnung, welchen Stil diese Häuser haben sollten. Deine Ideen sind ein alter Hut. Ich sagte zu ihm, ich habe ein Gespür für diese Zeit. Vertrau mir einfach. Bruder Zhang sagte auch, die Fenster seien zu modern. Ich war genervt und fragte mich, warum sie so altmodisch und unflexibel waren. Ich hielt mein Temperament im Zaum und bestand auf meiner Sichtweise. Bruder Zhang sagte nichts mehr. Aber da sagte der Regisseur, dass das Design nicht realistisch und schrill sei und nicht zum Alter der Hauptfigur passt. Wir mussten umbauen. Ich hörte wieder nicht zu. Ich dachte, sie wussten es einfach nicht zu schätzen. Dass aber alle sagten, stimmte ich zu, das Set neu zu bauen. Später brauchten wir für ein Set und ein Kang-Ofenbett im Stil der 80er Jahre. Ich dachte, das würde teuer werden. Aber Bruder Zhang sagte, machen wir es selbst und sparen dabei Geld. Er hatte schon einen Bauplan im Kopf. Wunderbar. Ja. Aber ich verachtete seine Idee. Ein Selbstbau wäre günstiger, aber nicht so robust. Es wäre zu viel Aufwand. Ich sagte dem Regisseur, dass die Idee nicht funktioniert. Der Regisseur sagte, mein Budget sei zu hoch. Also wurde die Kang-Szene gestrichen. Bruder Zhang hatte noch eine Idee und ich machte ihm Vorhaltungen, weil ich dachte, er sei dickköpfig. Eine Schwester sah, dass ich ihn einengte und nannte mich arrogant. Das akzeptierte ich nicht. Auch bei der Setbesprechung mit dem Regisseur war ich arrogant und unnachgiebig. Darum waren manche Sets nicht das, was wir brauchten und mussten neu gebaut werden. Das bremste die Dreharbeiten. Da wurde mir diese Pflicht entzogen. Der Leiter sagte, Brüder und Schwestern sagen, du seist arrogant, du ziehst dein Ding durch, machst anderen Vorhaltungen und bist herablassend. Du tust so, als seist du die Chefin. Alle fühlen sich unterdrückt. Ich war erstaunt, als ich das hörte. Ich hätte nie gedacht, dass ich so arrogant und unvernünftig wirkte. Ich war so aufgelöst, dass ich von dem, was der Leiter sagte, nichts mehr hörte. Tagelang war ich niedergeschlagen. Ich aß nichts und schlief nicht. Ich dachte an die Worte Gottes. Jeder sollte nochmal untersuchen, was sein Glauben ausmacht. Ich grübelte. Ich glaube seit fünf Jahren an Gott, habe aber nie Selbsterkenntnis erlangt. Ich habe unbemerkt so viel Arroganz gezeigt. Ich muss über mich reflektieren. Ich betete zu Gott. O Gott, führe und erleuchte mich, damit ich meine verdorbene Disposition erkenne, mich hasse und mir entsage. Ich will Buße tun. Amen. Dank sei Gott. Einmal musste ich zum Drehort gehen, als ich ein Kang im Stile der 80er Jahre sah. Es entsprach Bruder Zhangs Vorschlag. Es kostete weniger als die Hälfte meines Budgets. Bruder Zhang und die anderen hatten auch viele Pappkulissen gebaut. Sie waren gut geworden und sparten Zeit und Material. Ich schämte mich, als ich all das sah. Ich sah, wie arrogant ich gewesen war und wie ich die Dreharbeiten aufgehalten hatte. Ich begann mich zu fragen, warum war ich so arrogant und zwang andere mir zu folgen? Was ist die Ursache davon? Bei der Morgenandacht las ich in Gottes Worten, Wenn du die Wahrheit besitzt, wird dein Weg der richtige sein. Ohne die Wahrheit tut man leicht Böses. Du kannst gar nicht anders. Wenn du zum Beispiel eine arrogante und selbstgefällige Disposition hast, dann kannst du nicht anders, als Gott Widerstand zu leisten. Und dieses Verhalten liegt außerhalb deiner Kontrolle. Es wäre keine Absicht, sondern die Dominanz deiner arroganten Natur. Deine Arroganz ließe dich auf Gott herabsehen und ihn als unbedeutend ansehen. Sie brächte dich dazu, dich selbst zu erhöhen. Sie brächte dich dazu, dich ständig zur Schau zu stellen und dich an Gottes Stelle zu setzen und für dich Zeugnis abzulegen. Du würdest deine Vorstellungen, deine Ideen, dein Denken zu angebeteten Wahrheiten machen. Erkenne, wie viel Böses der Mensch aus Selbstgefälligkeit verübt. Ich fühlte mich furchtbar, als ich das las. Ich wusste von meiner arroganten Disposition, aber über die Folgen von Arroganz wusste ich nichts. Durch das, was die Worte Gottes klar offenbarten, sah ich, dass meine Worte und Taten mich dazu drängten, Böses zu tun. Ja. Meine arrogante Natur ließ mich viel von mir denken und nichts von den anderen, nur weil ich Fähigkeiten besaß. Ich hielt meine Sicht für richtig. Niemand wäre mir gewachsen. Sie müssten tun, was ich sage. Ich sagte links und niemand ging nach rechts oder schlug etwas anderes vor. Ich tadelte alle, die mir nicht gehorchten und war diktatorisch. Ich war herrisch und schlug den Weg eines Antichristen ein. Vor allem diese Worte Gottes Deine Arroganz ließe Dich auf Gott herabsehen und ihn als unbedeutend ansehen. Ließen mich nachdenken, wie ich bei der Pflicht angegeben hatte. Ich strebte nie nach Gottes Willen oder nach der Wahrheit. Wenn andere Vorschläge machten, erwog ich nie, ob sie von Gott kamen, ob es Gottes Führung war. Wenn es nicht meine Idee war, hörte ich sie mir nicht an. Ich hatte keine Ehrfurcht vor Gott. Ich war arrogant und hatte für Gott keinen Platz im Herzen. Ich sollte mich dem Werk des Heiligen Geistes unterwerfen, welchen Vorschlag auch immer ein Bruder oder eine Schwester machte. Er kommt möglicherweise vom Heiligen Geist. Ja. Ich sollte ihn annehmen und ihn gottesfürchtig prüfen, mit unterwürfigem Herzen. Wenn er dem Werk von Gottes Haus zugute kommt, sollte ich ihn umsetzen. Wenn ich die Erleuchtung und Führung des Heiligen Geistes ablehne, behindert ist das Werk des Geistes und widerstrebt Gott. Das verletzt Gottes Disposition. Ja, ganz genau. Ich übte meine Pflicht aus Arroganz aus und war autokratisch. Ich unterdrückte andere und lehnte viele gute Ideen ab. Das störte die Arbeit der Kirche. Entlassen zu werden, war Gottes gerechte Disposition für mich. Ja. Als ich daran dachte, wie sehr ich die anderen verletzte, wie ich der Kirchenarbeit schadete, fühlte ich Bedauern und Schuld. Ich hasste meine Verdorbenheit. Gleichzeitig war ich Gott dankbar, denn hätte er mich nicht gerichtet und gezüchtigt für meine Arroganz, würde ich mich nicht kennen. mich Gott widersetzen. Ja. Dann lasse ich eine Passage von Gottes Worten. Oftmals stimmen die Handlungen und die Mentalität der Menschen, die talentiert und begabt sind, nicht mit der Wahrheit überein. Doch sie wissen es nicht. Sie denken, seht nur, wie schlau ich bin. Ich habe solche klugen Entscheidungen getroffen. Niemand kann sich mit mir messen. Sie leben in einem Zustand des Narzissmus und der Selbstwürdigung. Sie erwägen nicht mit ruhigem Herzen, was Gott fordert und was die Wahrheit ist und was die Prinzipien sind. Nur schwer treten sie in Gottes Worte ein. Begreifen sie die praktischen Prinzipien der Wahrheit und in die Wirklichkeit der Wahrheit einzutreten. Amen. Gottes Worte zeigten mir, wenn wir uns auf unsere Stärken im Leben verlassen, werden wir arroganter. Amen. Wir nehmen Dinge an, ohne nach den Prinzipien der Wahrheit zu streben. Hm. Ich hatte gedacht, ich besäße Fähigkeiten, also sei ich für die Bühne unverzichtbar. Aber einige übten ihre Pflicht ohne Berufserfahrung aus. Und wenn ich ehrlich bin, waren ihre Kulissen besser als meine. Ich hielt mich für geschickt und ideenreich, aber ich vermasselte alles. Was ich machte, war nutzlos und musste oft neu gemacht werden. Ich vergeudete Zeit und Geld. Wenn ich nicht nach den Prinzipien der Wahrheit strebe, fehlte mir das Werk des Heiligen Geistes. Das stimmt. Wer das Herz am rechten Fleck trägt, den wird Gott führen. Gott beschert einem Wissen, das unvorstellbar ist. Ja. Meine Gaben und Stärken, auf die ich so stolz gewesen war, waren wertlos. Von ihnen zu profitieren, war arrogant und unvernünftig. Als ich daran dachte, habe ich mich geschämt. So trat ich im Gebet vor Gott. Ich will meine arrogante Disposition nicht mehr. Ich will nach der Wahrheit streben und sie ausüben und meine Pflicht gut erfüllen. Amen. Dank sei Gott. Später übernahm ich die Pflicht der Bewässerung neuer Gläubiger und hielt mich bei der Arbeit mit anderen im Hintergrund. Ich suchte bewusst Gottes Willen, wenn etwas passierte, und hörte auf die anderen. Eines Tages sagte ein Bruder zu mir, dein Stil der Bewässerung der Brüdern und Schwestern ist etwas steif und uneffektiv. Beziehe deine Bewässerung auf die individuellen Schwächen der Leute. Ja. Aber ich war davon nicht überzeugt. Ich dachte, dass ich alle meine Erfahrungen einbrachte. Wie konnte ich Fehler machen? Ich wollte ihn abschmettern, als ich meine Arroganz erkannte. Ich sprach ein stummes Gebet zu Gott. Dann fielen mir seine Worte ein. Haben Personen abweichende Meinungen? Was hält dich davon ab, willkürlich zu sein? Habe eine bescheidene Einstellung, lege ab, was du für richtig hältst, und halte Gemeinschaft. Selbst wenn du Recht hast, beharre nicht darauf. Das ist schon ein Schritt nach vorn. Mit dieser Haltung suchst du die Wahrheit, verleugnest dich selbst und stellst den Willen Gottes zufrieden. Bete mit dieser Haltung und ohne an deiner Meinung festzuhalten. Suche nach Gottes Wahrheit und gründe dein Handeln auf Gottes Worten. Das ist die korrekte Praxis. Doch Gottes Erleuchtung ist ein Prozess, der oftmals von deiner Haltung abhängt. Amen. Amen. Ich war früher zu arrogant und stur gewesen, hatte andere unterdrückt und das Werk von Gottes Haus unterbrochen. Ich durfte niemanden mehr unterdrücken und mich Gott nicht widersetzen, sondern musste zuhören, mich unterwerfen und nach Gottes Willen streben. So erhält man Gottes Führung. Amen. Also ließ ich den Bruder ausreden und sah, dass ich meine Methoden verbessern konnte. Sein Vorschlag war viel umsetzbarer. Ich setzte ihn in die Praxis um und merkte, er war effektiv. Danke, Herr Gott. Dank sei Gott. Als Brüder und Schwestern mir danach Tipps gaben, war ich nicht widerwillig, sondern nahm sie an und besprach Dinge, um eine bessere Praxis zu finden. Mhm. Alle sagten, sie hätten viel von der Art der Bewässerung gehabt. Ich spürte Frieden. Ich wusste, dass dies Gottes Führung war. Amen. Und konnte ihm nur meinen Dank anbieten. Dank sei Gott. Ich erlebte Gottes Segnungen, die von der Praktizierung der Prinzipien der Wahrheit kommen. Dank sei Gott. Ohne Gottes Urteil und Züchtigung lässt sich eine arrogante Disposition nicht ändern. Wie wahr, das stimmt.